So, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir Poppy Playtime. Viele von euch kennen es wahrscheinlich und ja, wir gehen mal rein. Oh, neues Spiel. Also schaut euch das lieber nicht an, wenn ihr Angst vor Poppy Playtime habt. Oh, ich hab irgendwie Angst. Oh, mein Gott. Oh, oh, was ist das? Oh, mein Gott, was ist das? Okay, es geht rein, es geht rein. Poppy Playtime, wahrscheinlich eins der gruseligsten, also eins von den gruseligen Spielen, die am beliebtesten sind. Mit Granny und so. Da kann ich mich, kann ich irgendwas machen. Ich überspring's jetzt einfach mal. Laden, Laden steht unten rechts dran. Ich hab irgendwie Angst. Ich hab irgendwie Schiss. Oh, mein Gott. Okay, wir sind im Spiel drin. Eigentlich weiß ich schon, was man hier machen kann. Ähm, wir müssen hier rein. Und dann hier liegt irgendwo so eine Kassette. Glaube ich jetzt mal. Oder wo liegt die? Irgendwo muss so eine Kassette liegen. Ah, ne, 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 die liegt hier, genau. Die nehmen wir. Und stecken sie hier rein. Oh mein Gott, okay. Das müssen wir jetzt echt nicht angucken. Grün, lila, gelb, rot. Grün, lila, gelb, rot. Grün, lila, gelb, rot. Jetzt müssen wir es, glaube ich, hier eingeben. Grün, lila, gelb, rot. Was? Falsch? Oh mein Gott. Okay, jetzt ist das hier offen. Und jetzt müssen wir diese Kassette hier reinstecken. Okay, okay, okay. Jetzt läuft hier wieder irgendwas. Das können wir jetzt kurz überspringen. Und jetzt bekommen wir unsere Hand. Let's go. Ja, wir haben unsere Reste Hand. So, okay. Okay, wir müssen jetzt hier weitergehen, glaube ich. Und das hier aufmachen. Zack. Und jetzt geht es auf. Und jetzt kommt noch kein Chomsky. Aber jetzt steht halt dieses Poppy-Ding da. Welcome to Poppy Playtime. Jetzt muss ich hier das da aufmachen. Nee, jetzt hat der den Schlüssel in der Hand. Ah! So, und jetzt können wir das hier aufmachen. Und jetzt können wir hier reingehen. Ich habe immer Angst, dass ein Jumpscare kommt, ne? Immer. Okay, jetzt müssen wir hier hingehen. Das aufmachen. Das daneben. Okay, jetzt müssen wir einmal hier rum. Okay, jetzt haben wir den Strom an. Jetzt müssen wir echt zurückgehen können. Ich habe Angst. Okay, gut, passiert noch nichts. Ah, jetzt ist ja dieser Typ weg. Ja, stimmt. Der ist jetzt weg. Jetzt müssen wir das da aufmachen können. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Ich habe jedes Mal einfach Schiss, dass irgendwas kommt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich muss ich da jetzt rein, ne? Okay, ich hoffe jetzt einfach keins. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich laufe jetzt so schnell durch. Mach auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wo sind wir, wo sind wir? Ich muss jetzt hier irgendwo... Oder? Okay, wir brauchen wieder so eine orange Kassette. Oder liegt die vielleicht da oben? Oh mein Gott. Okay, also wir nehmen einmal das hier. Wir brauchen einmal... ...das hier. Wir brauchen aber noch mehr. Da oben noch eins. Wie soll ich da hinkommen? Ey, Mann, ich muss hier hinten rumlaufen. Okay, wir nehmen uns das da. Okay, jetzt fehlt nur noch eins. Das sehe ich sogar. Boah, ich habe so Schiss, dass hier irgendwo ein Jump Scare kommt oder so. Ich glaube, dass ich jetzt tatsächlich gleich schon mal eine zweite Hand bekomme. Okay. Okay. Ja, der holt mir jetzt meine zweite Hand, glaube ich. Oh mein Gott. Komm, bring sie mir, bring sie mir. Komm, 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 schneller, schneller. Ja, zweite Hand. Puh, okay, jetzt links, rechts. Oh mein Gott. Okay. Ah, okay, das kenne ich jetzt. Da muss ich jetzt hier lang, hier hoch, da greifen. Hier rum. Oh mein Gott, ich habe so Schiss. Ich habe so Schiss. Oh mein Gott. Bitte, lieber Gott, lass jetzt hier nicht auf einmal diesen Jump kommen. Oh mein Gott. Warum ist hier alles so dunkel? Ah! Oh mein Gott. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Okay, wir ziehen dann mal das hier ran und laufen wir hier rüber. Okay, ich weiß noch genau, ganz genau, wie das geht. Okay. Wir brauchen erst dieses Teil hier. Ja, brauchen wir erst. Das hier nehmen wir uns hier hin. Wir packen es einmal hier. Ne, ne, wir müssen es noch gar nicht rumpacken. Bin dumm. So. Jetzt einmal hier rum, hier rum. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir hier runter. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so laut, das ist so laut, das ist so laut. Ich muss auf jeden Fall noch mal kurz leise machen. Oh, es ist so verdammt laut, oh mein Gott, ich habe so Angst. Niemand geht ohne ein Spielzeug. Genau, jetzt muss ich irgendwie hier ein Spielzeug machen, ne? Okay, ich muss an jedem Hebel hier ziehen. Und jetzt wird hier mein Spielzeug gemacht. Oh mein Gott, ich muss es auch mal ganz kurz noch leiser machen. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, ich habe so Schiss gerade. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war es mit dem Video. Liked und folgt für Part 2. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wenn ihr auf diesem Video 20 Likes da lasst, dann spiele ich Gritty mit euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.